Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr euch eingeschaltet habt. Keller, neues, bitte, Steuerkreuz-Rühnchen. Bala, übel. Lang, lang ist es her, Freunde, aber auch diese Serie wird hier nicht vernachlässigt, ja. Letztes Mal sind wir sehr, sehr erfolgreich reingestartet, wir haben erstmal direkt auf die Fresse gekriegt. Auf jeden Fall. GG nochmal an Julius, unser Wappen haben wir da verloren. Machst du nichts, dieses Format ist ja ausschließlich dafür da, um so ein bisschen an die Ehre von demjenigen zu gehen, die Leute mal in meine Welt zu holen und am Ende mal wirklich zu gucken, ob das Steuerkreuz so ein krasser Unterschied ist zu den Nöppeln. Um das weiter herauszufinden, haben wir uns heute den nächsten gepickt. Hello again, No Hand Gaming. Vielleicht ist der Name heute Programm. Jetzt sind willkommen, Benji. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ich war schon öfter fröhlich, ganz fröhlich, ganz fröhlich. Doch so verblüffend fröhlich war ich bis heute noch nie. Oh dear, we are in trouble. Hi, und wenn ich eine Sache am Anfang sagen darf, ich hab noch nie mit Steuerkreuz gespielt und ich hab ultra scheiße in der Buchse. Ich hab riesen Respekt davor, dass du mit Steuerkreuz spielst. Ich weiß zwar nicht, wie ich da überhaupt gegen dich manchmal verlieren kann. Was? Was bist du denn? Ich bin 25,5 Jahre alt. Bin ich ehrlich, wie kann man, also ich weiß, ich bin gespannt. Vielleicht ist es nicht so schwer. Vielleicht werde ich absolut danach wirklich No Hand Gaming sein. Man weiß es. Ich bin gespannt, ob der Unterschied am Ende wirklich so krass ist, ja, so in der Relation, ja, weil Julius kam sehr, sehr schnell rein, ja, wo ich hinterher dann, ja, spielerische Klasse, die war dann bei mir nicht mehr so, da ich hab auch Chancenverwertung vom Allerfeinsten gehabt, ja. Vergessen wir das, Freunde? Man muss ja sagen, du spielst immer jedes Battleship, jeden, jedes SBB mit Steuerkreuz. Ja. Und du gewinnst ja auch mal. Also so ist ja nicht. Sehr selten, aber unverhofft kommt auch. Also in den letzten Tagen hab ich mich sehr schwer gegen dich getan. Ja, hoffentlich heute auch. Also von daher, da bin ich gespannt. Wie gesagt, Freunde, das ist das Format, wo es weniger um abstoßen und dieses, ja, wir gehen an die Ehre. Wir machen mit Hin- und Rückspiel, Verlierer muss ein Kinderbild, und damit meine ich nicht 16 Jahre oder so, ne, ein Kinderbild, so 5, 6, 7, 8, ja, wo man gerade so die Milchzähne verloren hat, vielleicht vorne die riesen Lücke gehabt hat. Das wird schön auf Instagram gepostet. Die hatte ich auch noch mit 15. Das wird auf jeden Fall schön auf Instagram gepostet, mit einem Text, wo man den anderen huldigt, ja, wo man immer so richtig Honig ums Maul schmiert. Ehrliche Worte möchte ich dann da hören, ja. Vielleicht muss ich das auch machen, ich weiß es nicht. Checkt auf jeden Fall beide Instagram-Accounts ab, Freunde, sind unten drin. Hier nur ein Rückspiel. Rückspiel bei Benji, hier ein Spiel bei uns. Klare Kiste, wir spielen mit unseren Main-Teams. Safe, ja, wir machen hier gar keinen, gar keinen Halt oder sonst irgendwas. Volle Möhre drauf, Benjis Team werden wir gleich sehen. Hast du noch ein paar letzte Worte vor dem Spiel? Seid nicht ganz so hart zu mir. Komm, ich schau am Arsch. Dann würde ich mich hier selber bei einem Daumen nach oben freuen. Wer keinen Daumen nach oben gibt, kann dann meinen Merch halt kaufen. Das ist keine Ehren, Mann. Wer keinen Daumen nach oben gibt, kann nicht mit Steuerkreuz spielen. Ja, eben. Klare Sache. Also, wir sehen uns gleich im Spiel. Damit kommen wir zum Team von Benji, dem guten Mann. Das ist natürlich ordentlich. Das ist natürlich... Oh, das ist doch auch Pull-Icon, Alter. Ja, easy. Also, viel tut sich da nicht. Du hast halt noch den Main-Man, Ronaldo. Bei Benji in der Folge geht auf jeden Fall rüber. Da seht ihr, wie man das Ganze umstellt. Brauche ich euch hier nicht zeigen. Ihr könnt aber Benji upchecken. Wir gehen rein. Action. Du Scheiße. Ah, ich laufe ja gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann gar nichts tun. Was man halt sagen muss, für euch ist das nochmal eine krassere Umstellung, weil ihr immer wieder auf den Nöppel greift. Ich greife die ganze Zeit wieder auf diesen Stick. Da muss man den Leuten auf jeden Fall ein Spiel geben. Ich denke, bei Benji im Rückspiel wird das Ganze ein bisschen anders aussehen. Aber, wie gesagt, kommt mal in meine Welt. Guckt euch das mal an. Wie geht das? Wie hältst du den Steuerkreuz und dabei L2 und längst dabei noch richtig, Alter? Es ist Mission Impossible. Es ist unmöglich. Ich habe den alten... So, hier. So. Also, ich habe so immer die Hände. Ich halte jetzt meine Kamera so. Ist das bei mir immer dran. Ich habe so irgendwie, so gerade die ganze Zeit probiert zu... Ey, was soll ich tun? Ich habe normale Hände. Für meine Körpergröße habe ich kleine Hände. Ich bräuchte schon eigentlich so Affenfranken. Julius, wie hast du das gemacht? Oder war das Julian? Ne, Julius. Julius war stark. Okay. Er kam sehr, sehr schnell rein. Aber der hat ja auch vorher zwei, drei Spielchen gemacht. Die hast du ja nicht gemacht. Ich stelle die ganze Zeit die Taktik hier aus Versehen um. Ey, ich fasse die ganze Zeit den Pinöbel an. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Aber du, schau dir in der Mitte. Ich starte so, ich habe einen Reiniger. Die Leute, die haben einen großen Spiel vorbei, haben die was angepäht. Richtig. Ich komme mir einfach falsch vor. Wie? Aber es ist auf die Idee erstmal zu kommen, mit Steuerkreuz zu spielen. Was soll ich machen? Ich kann ja nichts anderes machen. Viele sagen ja auch immer, kauf dir doch einen Xbox-Controller oder beim Xbox sind die Nöppel. Und das juckt ja nicht. Ich merke ja nur 80 Prozent. Du hast auch der Xbox auch mit dem Steuerkreuz gespielt. Ja, ja, sicher. Deswegen hacke ich ja auch immer so in die Tasten hier rein, damit ich auch merke, aha, ich drücke auch. Okay, man kommt aber nach einer Zeit, kommt man echt rein. Aber das Schwierigste ist immer zu wechseln. So, du hast plötzlich was anderes. Oh Gott. Und dann plötzlich wieder nicht an den Pinöbel zu fassen, sondern ans Steuerkreuz. Ja, aktuell habe ich noch keine Ahnung, wie ich das einstellen soll. Oh, der war ja gar nicht so schlecht hier. Ja, und dann wusste ich wieder nicht, was ich tun soll. Oh, der war ja eigentlich so schlecht. Was soll ich machen? Guck mal, ich habe mich nicht gedreht. Ich habe einfach geschossen. Einfach scheiß drauf. Statistik erstmal beheben. Alter, wie langsam bewegte sich der Pfeil bei dir. Bei der Ecke. Das ist ja viel einfacher bei einer Ecke. Und dann, was ist das denn? Ah, Hilfe, nein. Nein. Nein, falscher Snick. Oh mein Gott. Du musst mal sehen, wie alle meine Partei, die gerade stehen geblieben sind, weil ich durchgehend den falschen Snick genommen habe. Ey, das ist zu heftig. Boah. Ey, das ist zu schnell für mich. Das ist alles, was ich hier gerade sagen kann. Ja, aber so, das, was ihr mit euren spielt, mit Möppel, ist zu schnell für mich. Und jetzt, wenn ihr Dings habt, dann bin ich zu schnell für euch. Also ich finde, das ist schon ein Unterschied. Das fällt mir jetzt erstmal so richtig auf, Leute. Das muss man echt mal huldigen, dass der Kerl mit Steuerkreuz spielt. Ja, bisschen Lucky, komm. Komm schon. Ist aber auch gut schnell, du, ne? Der Ronald. Ja, der hat einen richtigen Antritt. Aber einfach richtig zu laufen. Ich habe halt einfach schräg gedrückt und ich muss halt einfach hoffen, dass er nicht direkt in den Gegner reinrennt. Dass ich überhaupt was verteidige, ist echt schon ein Wunder. Weil ich fühle mich so unglaublich hilfslos. Och Gott. Ja. Alter. Ja, nein. Extra früh den Torwart geholt. Weil ich wusste, dass genau das passieren wird. MC Lupfer. Ja, es ist halt... 4-0. Ich nach einer Halbzeit merke ich meinen Daumen nicht mehr. Stark! Aber da war doch schon mal ein Ansatz von der Chance. Wie habe ich das... Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich weiß nicht wie. Das war eigentlich mein einziger Gedanke dabei. Oh Gott. Gott sei Dank habe ich so ein Team. Fuck. Oh. Den Fischer aber. Fischer mein Freund. Mir bringt es ja auch gar nicht schnell, das Spieler zu haben. Den auch nicht. Alles klar. Alles klar, Dirk. Guter Mann. Also mit... Ohne Schnellkreuz hätte ich ihn verteidigt. Ja, easy. Pelé ist aber auch krank, ne? Was soweit angeht, Alter. Schusskampf. Alter. Komplett out of space. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, die ganze Zeit L1 zu drücken. Guck mal, wo mein Viehra hinrennt. Ach, ich habe schon wieder den Stick in der Hand. Hör mir auf, hör. Hä? Stehen geblieben? Ja. Wieso bleibt denn der am Ball? Lauf doch. Boah, keine Ahnung. Ich will wenigstens einen machen, Mann. Es gibt's doch nicht. Einen hätte ich machen können, Alter. Also mehr kann ich dir da nicht hinlegen, sonst kommen die wieder mit Fail hier. Und das, also offensichtlicher kann ich dir den da nicht hinlegen, ne? Ja, Benji, also mit dem Team ist das eine Blamage, ne? Alter, Alter. Freunde, wir sehen uns im abschließenden Menü wieder mit den restlichen Worten, ja. Ja, Benji, das war aber jetzt nicht so, soll ich das hochladen? Das ist schon schwer, Alter. Damit sind wir am Ende angekommen, Freunde. Benji kann jetzt nochmal seine Erfahrungen teilen im ersten Spiel. Wir führen 5-0. Was wir da noch zur Hand geben, wage ich hier zu bezweifeln, ja. Damit wir unsere Ehre mal wieder ein bisschen hinkriegen nach den ersten beiden Niederlagen da. Unglücklich, möchte ich sagen. Benji, äh, dein Fazit. Julius, grüße gehen raus. Keine Ahnung, wie lang du trainiert hast. Auch wenn du es nicht zugibst, du musst lang trainiert haben. Es ist absolut ultra schwer, unmöglich, mit dem Scheuerkreuz zu spielen. Du hast es einfach die ganze Zeit in der Hand, immer was anderes zu drücken. Das habe ich schon gerade die ganze Zeit beim Spielen gesagt. Aber ich finde es zu, zu heftig. Es ist ultra schwer, Jungs. GG, Keller. Steini, Keller. Äh, ich, 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 also es ist natürlich Gewöhnungssache. Aber Leute, es ist ultra schwer. Probiert es wirklich mal selbst aus. Und dann merkt ihr mal, wie hart das ist. Es ist ultra schwer. Krass. Richtig, richtig schwer. Benji hat gerade einen Vorschlag gemacht während der Aufnahme. Den kann er jetzt gerne nochmal erläutern. Ach so, ja. Oh. Ich würde gerne mal sehen, wie Steini mit dem Stick spielt. Er, er ist immer gewöhnt, mit dem Steuerkreuz zu spielen. Ich gewöhne mit dem Stick. Wenn Steini sich mal wieder auf den Stick gewöhnen muss. Auch wenn es vielleicht ihm ein bisschen weh tut. Indianer kennen keinen Schmerz, habe ich gehört. Ich will mal sehen, wie das ist, Alter. Musst du mal für eine Folge machen. Wenn ihr darauf Bock habt, Freunde, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde es mal probieren. Ich weiß nicht, ob ich ein Spiel durchhalte. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich weiß nicht, wann da Taubheitsgefühl einsetzt. Keine Ahnung, Freunde. Aber probieren können wir safe mal. Ansonsten lasse ich den Computer weiterspielen. Das wird wahrscheinlich besser sein, wie ich, wenn ich da dran bin. Ballert mal die Kommentare voll, ob ihr darauf Bock habt. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Jetzt alle rüber zu Benji. Zweites Spiel angucken. Und da seht ihr auch, wie man das Ganze umstellt, Freunde. Sehr, sehr wichtig. Wer das mal ausprobieren möchte, das seht ihr dann bei Benji auf dem Kanal. Also jetzt alle rüber. Link ist unten drin. Ich habe Fingerschmerzen, Alter. Wirklich. Bei mir wird auch der Finger taub. Alter. Macht's gut. Tschüss.